Hallo und herzlich Willkommen zur Ankündigung. Ja, jetzt fragen sich die Leute noch was für eine Ankündigung. Müssen wir das auch noch sagen? Na, eigentlich nicht. Ja, also ihr wisst schon Bescheid, ne? Also, wird kommen. Ne, also wir werden Samstag einen Massaker, äh, ne, wie heißt das? Livestream? Ja. Livestream, genau. So, machen wir. Und zwar spielen wir Mario World. Ja. Und, naja, sie ist verdammt gut in dem Spiel. Ja. Wir werden das so zwei Stunden spielen, 18 bis 20 Uhr. Mhm. Und, ja, gut, weil sie so viel besser ist, geht die folgende Aktion so, wer mehr Level schafft, beziehungsweise, wenn sie, wenn ich mehr als die Hälfte der Level schaffe wie sie, also mehr als die Hälfte, wenn ich nur die Hälfte schaffe, habe ich verkackt und dann fair bleiben. Dann muss der andere, also sie, äh, ein Video machen. Zu? Ja, also der Verlierer, wir haben eine Wette und der Verlierer muss ein Video machen und zwar haben wir uns überlegt, dass wir einen leckeren Cocktail mixen werden und ihn dann trinken. Bestehend. Ja, sag du mal. Also, komm, komm, jeder mit einer Zutat. Milch. Okay. Kakaopulver. Ketchup. Tomatensaft. Äh, und Brausepulver. Und noch schöner als Dekoration eine Gurkenscheibe obendrauf. Die darf man aber erst danach essen. Richtig. Das wäre sonst ja unfair. Du wirst verlieren übrigens, ne? Ja, im Arsch. Also, bereite dich schon mal auf den Kotzreiz vor. So gut bist du auch nicht. Ja, sehr. Ja, gut, dass sie so selbstbewusst ist und, ähm, tja, gut, ähm, wir werden es erleben. Ja, also Samstag, den 22.11., ne, Quatsch, 1., 22.01. Livestream um 18 Uhr. Ja, und wo werde ich noch posten, keine Ahnung, kommt irgendwo ins Video, muss ich mal sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.